Versuche bei einem Fahrstreifenwechsel ungefähr so schnell zu fahren, wie das schwarze Auto und das blaue Auto. Also entweder musst du etwas beschleunigen oder in so einem Fall vielleicht mal kurz das Gas wegnehmen. Und dann versuchst du beim Wechsel genau in die Mitte zwischen diese beiden Fahrzeuge reinzufahren. Wenn du zu schnell bist und du machst den Fahrstreifenwechsel, dann wird es hier vorne ziemlich knapp. Wenn du aber viel langsamer bist als zum Beispiel dein Hintermann und du wechselst kurz vor ihm, dann wird es hier an dieser Stelle ziemlich knapp. Also das ist immer gefährlich, deswegen versuche dich möglichst in der Mitte einzuordnen, sodass du nach vorne hin und auch nach hinten hin ungefähr den gleichen Abstand hast. Wobei das jetzt nicht vorgeschrieben ist, es geht einfach nur um deine Sicherheit. Wenn du allerdings jetzt ein Fahrzeug überholst und du möchtest dich jetzt zwischen diesen beiden Fahrzeugen einordnen, auch hier gilt, fahr erstmal weit genug nach vorne, bis du dieses überholte Fahrzeug in deinem Innenspiegel sehen kannst. Dann ist er weit genug hinter dir. Und dann versuchst du ungefähr so schnell zu fahren wie diese beiden, also wie der gelbe LKW und der rote LKW. Und dann vorsichtig in die Mitte rein, sodass auch hier vor allem nach vorne, aber auch nach hinten genug Sicherheitsabstand verbleibt. Und dann versuchst du ungefähr das?